Vers 35 Britta-sama, Tata-sama-nam, Gayatri-chanda-sam-maham, ma-sanam-marga-shir-sho-ham, ritu-nam-ku-su-ma-kara, Britta-sama, der Brihat-sama, Tata, auch, Sam-nam, der Lieder des Sama-Veda, Gayatri, die Gayatri-Hymnen, Chanda-sam, von aller Dichtung, aham, ich bin, ma-sanam, von den Monaten, marga-shir-sho-ha, der Monat November bis Dezember, aham, ich bin, ritu-nam, von allen Jahreszeiten, kusuma-akara, der Frühling, von den Hymnen im Sama-Veda bin ich der Brihat-sama, und von aller Dichtung bin ich der Gayatri, von den Monaten bin ich der marga-shir-sho-ha, November bis Dezember, und von den Jahreszeiten bin ich der blumenreiche Frühling. Erläuterung, der Herr hat bereits erklärt, dass er von allen Veden der Sama-Veda ist. Der Sama-Veda ist reich an erlesenen Liedern, die von den verschiedenen Halbgöttern gesungen werden. Eines dieser Lieder ist der Brihat-sama, der eine wunderschöne Melodie hat und um Mitternacht gesungen wird. Im Sanskrit gibt es genau festgelegte Regeln für die Dichtkunst. Reim und Metrum werden nicht willkürlich verwendet, wie es in der modernen Dichtkunst üblich ist. In der klassischen Poesie ist der Gayatri Mantra, der von den wahrhaft qualifizierten Brahmanas gechantet wird, am bedeutendsten. Der Gayatri Mantra wird im Srimad Bhagavatam erwähnt. Weil der Gayatri Mantra insbesondere zur Erkenntnis Gottes bestimmt ist, repräsentiert er den höchsten Herrn. Dieser Mantra ist für spirituell fortgeschrittene Menschen bestimmt, und wenn man ihn mit Erfolg chantet, kann man auf die transzendentale Ebene des Herrn gelangen. Um den Gayatri Mantra chanten zu können, muss man zunächst die Eigenschaften eines vollkommenen Menschen erwerben, d.h. die Eigenschaften der Tugend in Übereinstimmung mit den Gesetzen der materiellen Natur. Der Gayatri Mantra spielt in der vedischen Zivilisation eine bedeutende Rolle und gilt als die Klanginkarnation des Brahman. Brahma war der Erste, der diesen Mantra empfing, und von ihm wurde er in der Schülernachfolge herabgereicht. Der Monat November bis Dezember gilt als der beste aller Monate, da in Indien zu dieser Zeit die Getreidefelder abgeerntet werden und die Menschen infolgedessen sehr glücklich sind. Natürlich ist der Frühling überall beliebt, weil es in dieser Jahreszeit weder zu heiß noch zu kalt ist und weil die Blumen und Bäume sprießen und blühen. Im Frühling werden auch viele Zeremonien zum Gedenken an Krishnas Spiele abgehalten. Deshalb gilt er als die erfreulichste aller Jahreszeiten und repräsentiert somit den höchsten Herrn Krishna.